Hi, ich bin Pascal von Kaplena. Wir bei Kaplena haben offenes Kundenfeedback im Blut. Wir lieben dieses Thema und auch dieses Jahr bei der Woche der Marktforschung sind wir mit zwei spannenden Vorträgen zu diesem Thema mit dabei. Einerseits werden wir die Anwanderseite beleuchten mit Morris am Montag. Er wird über den speziellen Case der Airlines berichten, wie sie den Strom an Kundenfeedback, den sie erhalten von externen oder auch von internen Quellen navigieren und daraus Insights distillieren. Natürlich auch mit generativer KI, aber da gibt es ein paar interessante Tipps und Tricks mit dabei. Am Dienstag von mir persönlich geht es um Methodik im Zusammenhang auch mit generativer KI. Wo macht es Sinn, generativer KI einzusetzen? Wo ist eigentlich die klassische Statistik einfach immer noch überlegen und einfach das rigorosere Mittel? Es geht darum, eben diesen Mittelweg zu finden und einerseits neue Technologien zu verwenden, vor allem jetzt in Anbetracht des offenen Kundenfeedbacks, aber eben auch die Methodik nicht zu verlieren. Also eher was vielleicht was für die, die methodisch interessiert sind. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Bis dann. Tschüss.